Weltweit gibt es 36.000 Restaurants dieser Kette und täglich essen dort rund 68 Millionen Menschen. Jeder von Ihnen weiß sicherlich, wie dort die Burger schmecken, da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Aber das, was wir Ihnen jetzt zeigen, das wissen Sie bestimmt noch nicht. Hier sind sieben Geheimnisse rund um die beliebteste Fastfood-Kette Deutschlands. Und hier kommt unser Mythos Platz 7. Ist der Big Mac in jedem Land gleich? McDonalds zumindest verspricht, dass seine Produkte in jedem Land identisch schmecken. Doch stimmt das auch? Unser Geschmackstest weltweit startet im Mutterland des Big Macs, den USA. Schmeckt der Burger hier anders als in Deutschland? Der Geschmack der Gurken überdeckt so ein bisschen an der anderen Geschmäcke. Und das ist auch so der Unterschied zum deutschen Big Mac. Ansonsten finde ich ihn geil und finde ich ihn lecker. Weiter geht es in China. Optisch macht der Burger schon mal viel her. Und schmeckt er denn auch? Unser Galileo-Reporter Harro macht den Test. Bis jetzt ist noch kein Unterschied festzustellen. Also 1 zu 1 wie in Deutschland. Also auch vom Geschmack her. Also ich muss sagen, vielleicht ein Tick säuerlicher, aber prinzipiell genauso wie in Deutschland. Der chinesische Big Mac hat den Test also schon mal bestanden. Das Brot könnte krosser sein. Hätte ein bisschen länger auf dem Grill liegen müssen. Er schmeckt, ich finde, einen Tick anders als in Deutschland. Ich finde ihn etwas würziger. Abzüge gibt es also bei der Qualität und beim Geschmack. In Indien herrschen ganz besondere Burgergesetze. Hier ist die Kuh heilig. Es wird also vor allem Geflügel gegessen. Kann der indische Big Mac trotzdem überzeugen? Also das Erste, was ganz klar zu schmecken ist, sind die indischen Gewürze in der Soße drin. Das schmeckt komplett anders. Chicken, klar, ist auch ein Unterschied zum Rindfleisch. Ist aber echt lecker, schön kross gebraten. Da kann man nichts dagegen sagen. Unser Galileo-Burger-Test widerlegt Mythos Nummer 7. Big Mac schmeckt eben nicht überall gleich. Mythos 6. Wir bleiben beim Thema Burger. Wie entstehen eigentlich neue? In der McDonalds-Küche wird gerade an einem Test-Burger getüftet. Was hast du da alles so mitgebracht? Was ist das? Das sind Lavendelblüten. Das habe ich jetzt extra bestellt. Das hatten wir jetzt vorher auch noch nicht in der Form im Sortiment. Das ist mal was Neues. Das ist wild. Chefkoch Björn Pölking und Systemgastronomin Lisa müssen dabei auf Konsistenz, Produktionsmöglichkeiten und natürlich den Geschmack achten. Die Zutat, die für einen neuen Burger am wichtigsten ist, ist die Soße. Die Soße ist schon sehr ausschlaggebend. Also es fängt an von, wenn sie zu süß ist, muss man schauen, dass die anderen Komponenten passen. Wenn es scharf ist, ist der ganze Burger scharf. Also die Soße ist schon sehr ausschlaggebend. Beinahe genauso wichtig ist der Käse. Er gibt dem Test-Burger eine besondere Note, muss also genau unter die Lupe genommen werden. Der neue Burger besteht also aus Fleisch, der kreierten Soße, dem Käse und dem passenden Brot. Am Schluss werden alle Zutaten zu einem Burger gestapelt und dann zum ersten Mal probiert. Ganz wichtig, aber auch der Optik-Check. Schließlich ist das Auge ja mit. Ausstrahend tut der Bacon schon gut, wenn er hier oben rauskommt. Das hat natürlich schon was. Um auch ganz sicher zu gehen, dass der Burger etwas taugt, wird er vor dem Verkauf noch in großer Runde präsentiert. Und schmeckt er? Hat auf jeden Fall den von uns gewünschten Premium-Peel. Alles muss stimmen, um ein möglichst breites Publikum mit dem Test-Burger zu beglücken. Doch das ist nicht immer leicht. Das heißt, im besten Fall wäre es gut, dass wir den dann gleichzeitig auch garnieren können. Sprich, dass man den gleichzeitig tosten kann und dass man da vielleicht drauf achtet, auf die Bannhöhe, dass die gleichzeitig ist. Aber das können wir uns ja dann nochmal anschauen. Natürlich kannst du den tollsten Burger mal lenken, aber manchmal ist es halt in so einem System auch nicht umsetzbar. Zwei Hürden muss der Test-Burger noch nehmen, bis er im Bestfall im Verkauf landet. Erst dann zeigt sich, Top oder Flop. Apropos, Mythos 5, die größten Flops. Auf Platz 3, die Mac-Pizza, die sich neben den Burgern nicht halten konnte. Und floppte. Platz 2 belegt der Mac-Lobster. 6,50 Dollar waren den Kunden für diesen Hummer-Hotdog einfach zu viel. Und der wohl größte Flop in der Geschichte von McDonalds, der Bio-Burger. Mit ihm wollte McDonalds 2015 Erfolgsgeschichte schreiben und eine neue Richtung einschlagen. Doch außer dem Fleisch war nichts Bio am neuen Burger. Am Ende eines zweimonatigen Testverkaufs stand dann das aus. Grund? Die mäßigen Umsatzzahlen. Und es kommt noch schlimmer. Auf der 4 kommen die größten Skandale um den Fast-Food-Riesen. Ausgerechnet im Heimatland des Weltkonzerns ereignet sich 2011 ein handfester Skandal. Starkoch Jamie Oliver enthüllt in einer Fernsehshow, wie McDonalds seine Burger-Patties produziert. Billige Fleischreste werden mit Ammoniak vermischt. Das macht die Bulette zwar haltbar, aber ungenießbar. Und der kleine Koch schleift den Megakonzern tatsächlich vor Gericht. Und gewinnt. Das Ergebnis? McDonalds stellt seine Fleischproduktion nach verlorenen Prozess um. Skandale wie dieser schaden auch dem deutschen Unternehmen. Die meisten Gäste unterscheiden nicht. Wir haben ja aber eine völlig andere Gesetzgebung. Wir haben teilweise andere Kontrollen. Und ich darf Ihnen sagen, alles das, was Sie aus dem internationalen Markt herausgreifen, trifft nicht zu auf McDonalds Deutschland. Immerhin. McDonalds Deutschland behauptet, dass 90 Prozent des Fleisches von deutschen Rindern stammen. In der Werbung lockt der Konzern mit Bildern von glücklichen Kühen auf großen Weideflächen. Jedoch gibt die Kette zu, die Rinder auch über Stallhaltung zu züchten. Biofleisch ist es also nicht. Aber zumindest sollen billig produzierte Patties wie in den USA hier auf keinen Fall auf den Teller kommen. Einen weiteren Skandal, der McDonalds einen Haufen Geld kostete, hat dem Fastfood-Riesen eine alte Dame beschert. Die hat sich an einem Kaffee verbrannt und McDonalds verklagt, weil das Unternehmen nicht darauf hingewiesen hat, dass der Kaffee heiß ist. Sie bekam recht und unglaubliche 640.000 Dollar Schmerzensgeld. Ein teurer Unfall, dank dem nun auf jedem Heißgetränk vor Verbrennungsgefahr gewarnt wird. Weiter in unserem Mieten-Ranking geht es mit Platz 3. Und der Frage, ob Karriere und McDonalds zusammenpassen. Oder stimmt das Klischee vom einfältigen Burger-Brater etwa doch? In einer Berliner Filiale arbeitet Christian als Assistant Manager. Er dachte allerdings nicht immer an einen Job bei McDonalds. Ich bin gerne schon immer zu McDonalds gegangen, aber da zu arbeiten, nein, war nie mein Karriereziel. Hat sich so ergeben und jetzt bin ich hier. Scheinbar steckt mehr hinter seinem Job als Pommes und Burger an die Frau, um den Mann zu bringen. Alles, was anfällt, beziehungsweise auf dem Boden, liegt in Christians Aufgabenbereich. Auf der Treppe ist Kohle ausgelaufen. Ganz kurz mal mit dem Motten nehmen und bitte wegwischen. Ich stelle schon mal die Stelle auf, okay? Super. Das schlechte Image seines Jobs kennt der stellvertretende Restaurantleiter natürlich, versucht allerdings mit alten Klischees aufzuräumen. Das Umfeld lächelt schon mal. Gerade am Anfang, als man hier angefangen hat, hieß es dann schon, ach so, du bist jetzt hier der neue Grillmeister und stehst schön hinter der Fritteuse. Wenn man jetzt den Leuten mal sagt, was ich da wirklich tagtäglich mache, dass ich da mit Menschen arbeite, dass ich für die verantwortlich bin, dass ich denen einen Arbeitsplatz biete und dass ich tagtäglich neuen Herausforderungen vorgesetzt werde, dann gucken erst mal alle, ach so, das geht auch bei McDonalds. Für diese Aufgaben und seinen späteren Job als Restaurantleiter bereitet sich Christian seit mehreren Monaten auf die Prüfungen vor. In einem von weltweit sieben Ausbildungszentren werden Christian und seine Kollegen auf ihre Rolle als Chef eingestellt und lernen, neben dem Umgang mit Kunden und Personal, auch wie man Konfliktsituationen löst. Absolviert man die Ausbildung erfolgreich, winken 200 Euro mehr Lohn. Über die darf sich auch Christian freuen, der die Ausbildung sogar mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Glückwunsch, Bestand wenigstens. Ja. Da ist es. Zeig auch mal. Ja, cool, sehr cool. Das beweist, auch bei McDonalds kann man Karriere machen. Unser Mythos Nummer zwei deckt auf, was hinter dem so bekannten McDonalds-Dresscode steckt. Wer seinen beruflichen Weg bei McDonalds einschlägt, bekommt vom Konzern Arbeitskleidung gestellt. Alle fünf Jahre erscheint eine neue McDonalds-Kollektion für die rund 60.000 Mitarbeiter in Deutschland. Das Münchner Unternehmen Weißhäupel produziert bereits seit 1971 die Arbeitskleidung für McDonalds. Die Erfahrung zeigt, die Uniform muss in erster Linie ihren Zweck erfüllen. Erst dann kommt der modische Aspekt ins Spiel. Trotzdem kam der Stil in den vergangenen Jahrzehnten nicht zu kurz. Originell und modern sollte die Arbeitskleidung sein. Prokurist Florian Kamm und drei Mitarbeiterinnen feilen hier an einer neuen Kreation. Diesmal haben sie eine ganz besondere Idee für die Kette. Die McDonalds-Mitarbeiter können kreativ werden. Sie dürfen zwischen drei verschiedenen Farben wählen und ihren Arbeitsalltag so ein wenig bunter gestalten. Ein wichtiger Aspekt, denn... Das hat uns McDonalds immer wieder bestätigt, dass das ein entscheidender Grund für das Wohlbefinden der McDonalds-Mitarbeiter ist. Es ist nicht nur das Gehalt, was den zufrieden macht oder irgendwelche Events oder wie auch immer, sondern dass er eine Kleidung hat, wo er sich wohlfühlt. Das findet auch Ingeborg Weishäupel. Sie ist die Chefin des Unternehmens und hat bei jeder Kollektion das letzte Wort. Sie prüft, was bei McDonalds präsentiert wird. Seit 46 Jahren gehört der Fast-Food-Riese zur Stammkundschaft. Die ersten Kollektionen, die Weishäupel für McDonalds in Deutschland produziert, diktiert der amerikanische Mutterkonzern. Das erste war 1971 und da haben wir sogar noch, das wird in einem Tresor aufbewahrt, der Original-Katalog sozusagen, das war damals die Management-Kleidung. Mit schönem hier Muster waren lauter Ems drin. Das war die Original-Amerika-Kleidung. Die haben wir dann nachweben lassen und wie gesagt, aber es war natürlich amerikanisch. In den 70er Jahren schwappen viele Trends aus den USA hierher. Das nutzt McDonalds. In den Restaurants bekommen die Deutschen das amerikanische Lebensgefühl auf dem Tablett serviert. Und wie kommen die Uniformen bei den Mitarbeitern an? Florian Kamm macht sich selbst ein Bild. Ist viel frischer, gell? Ganz klasse. Ich finde auch gerade die schwarze mit dem Blau toll. Ich finde rot auch schön. Okay, super. Also wenn eine Mitarbeiterin sagen würde, sie würde jetzt das Poloshirt auch privat tragen, wenn sie sportet oder wenn sie mal wohin geht, das wäre für uns das Schönste, wenn es wie eine Privatkleidung ist und nicht mehr eine Uniform. Und wie finden die Angestellten ihre neue Arbeitskleidung? T-Shirts sind super angekommen bei den Mitarbeitern. Dadurch, dass halt einfach die Mitarbeiter individueller sich anziehen können, jeden Tag sich die Farbe aussuchen können. Farbe und frischer Wind sind auch Stichwörter für unseren Platz 1 der McDonalds-Mythen. Wie sieht der McDonalds von morgen aus? Eine Empfangsdame? Zugang zu virtuellen Welten? Keine langen Schlangen mehr? Bestellen über riesige Displays? McDonalds goes high-tech. Energie für Handy und Laptop. Das ist die Vision von Fast Food 3.0. Eine neue Möglichkeit, an sein Essen zu kommen? Die Easy Order Terminals. Bestellen wie mit einem Riesentablet und das Essen gleich mit Karte zahlen. Alle Aufträge landen über das elektronische Bestellsystem in der Küche. Vorteil für den Gast? Beim Burger on Demand ist alles frisch. Nichts wird später weggeworfen. Was als Klick auf dem Display beginnt, endet vorne als verpackter Burger. Und der ist oft schon fertig, wenn der Gast gerade sein Portemonnaie wieder eingesteckt hat. Auch wenn einmal alle Sitzplätze besetzt sind, soll es mit dem neuen System keine langen Wartezeiten geben. Eine andere Möglichkeit, an sein Essen zu kommen, bestellen bei der Kellnerin. Bedienung im ehemaligen Selbstbedienerlokal. Eine weitere Neuerung, der Burger auf Kundenwunsch. Den gibt es in Deutschland vorerst noch nicht. In Österreich und einigen anderen Ländern wird er in ausgewählten Restaurants allerdings schon getestet. Bereits im Einsatz sind diese virtuellen Spieltische. McDonalds versucht so, die Wartezeiten spielerisch zu verkürzen. Ob sich der Fast-Food-Gigant mit solchen Innovationen in der Zukunft abheben kann, wird sich zeigen. Fest steht allerdings, Big Mac und Co. sind immer für einen Mythos gut. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr Abo abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt. So, das geht jetzt hier. So, wie ich liebe es. Also, jetzt kommt der Grunde. So, wie ich liebe es. So, jetzt wird erneut, So, jetzt kommt der Grunde. So, jetzt könnt ihr die Kraft. So, jetzt wird es mir wieder. So, jetzt kommt ihr,